Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen. Wie immer machen Sie bitte hinten noch die Türen zu, wenn Sie reinkommen. Wir legen derweil los mit der Vorlesung Nummer 12. Zunächst wie immer schnelles Feedback. Die letzte Vorlesung war, glaube ich, ein interessanter Mix an Erfahrungen in der Verteilung über Sie als Publikum, denn für manche war sie vielleicht sogar ein bisschen langsam und deswegen auch gar nicht so spannend. Für manche war sie sehr schwer und deswegen ganz schön schlecht und für manche war sie vollkommen in Ordnung vom Tempo her und deswegen auch gut. Das scheint wie so eine Y-Verteilung zu sein in etwa. Hier ist das detaillierte Feedback. Ich möchte zwei Sachen rausgreifen, die unterstützen nämlich diese Wahrnehmung. Das ist übrigens, nochmal zur Wiederholung, einer der Gründe, warum ich dieses Feedback immer einsammle, ist, auch um Ihnen zurück quasi ein Meta-Feedback zu geben darüber, wie Ihre KommilitonInnen im Hörsaal die Vorlesung wahrnehmen. Es gab nämlich eine Person, die gesagt hat, das war viel zu langweilig, das hatten wir doch alle schon mal. So eine Wiederholung hätte man doch viel kürzer machen können. Und dann gab es eine Person, die gesagt hat, viel, 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 viel zu schnell. Habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich musste das nochmal angucken mit der Abzählbarkeit. Ich habe das nicht verstanden, ich habe das nicht verstanden, ich habe das nicht verstanden. Da habe ich eigentlich verstanden, gut, dass wir es wiederholt haben, also sonst hätte ich das überhaupt nicht nochmal machen können. Sie merken schon, für manche von Ihnen, für wenige im Raum, sind diese Ideen von Unendlichkeit noch sehr präsent, aus den Anfangsvorlesungen, aus dem ersten Semester. Für die meisten von Ihnen, glaube ich, war es gut, dass wir über diese Wiederholung gesprochen haben. Denn heute werden wir uns ganz stark auf diesen Beobachtungen abstützen, um eine Reise an die Grenzen des Denkbaren zu machen. Und ich verspreche Ihnen schon mal, wenn Sie hier heute nicht mit einem Knoten im Gehirn aus der Vorlesung gehen, dann haben Sie wahrscheinlich nicht genau zugehört. Beginnen wir mit der kurzen, direkt mit Fragen, die gestellt wurden. Also jemand hat gefragt nach dem Satz von Kantor, den mache ich nachher nochmal genau, mit dem tatsächlichen Beweis, kommen wir dazu. Diese Rückfrage hat ja jemand, da hinten rechts, wo sitzen Sie heute, woanders, gestellt letztes Mal. Warum kann ich das zweite Diagonalargument von Kantor nicht benutzen, um zu zeigen, dass die natürlichen Zahlen überabzählbar sind? Was geht denn da schief? Ich möchte Ihnen nochmal gratulieren zu dieser Frage, wer auch immer Sie gestellt hat. Sie sitzen heute woanders. Großartig. Es gab danach noch einige Rückfragen hier vorne, es standen drei, vier Leute vorne. Ich glaube, es lohnt sich. Ich habe schon überlegt, ob wir das als Präsenzübung machen. Aber ich glaube, wir machen es einfach mal jetzt zusammen. Als erste von, ich glaube, heute acht Wiederholungen des Kantorischen Diagonalarguments, kurz als Test, kann ich dieses Argument nicht benutzen, um zu beweisen, dass die natürlichen Zahlen überabzählbar sind, was sie ja nach unserer Definition gar nicht sind. Dazu erinnern wir uns kurz daran, wie dieses Argument funktioniert. Ich behaupte, dass die Menge abzählbar ist. Wenn sie abzählbar ist, zum Beispiel die natürlichen Zahlen in diesem Beispiel jetzt, dann muss ich ja eine Bi-Aktion auf die natürlichen Zahlen anbieten können. Ich muss sie also hinschreiben können. Ich muss sagen, was ist das erste Element in meiner Aufzählung dieser Menge? Was ist das zweite? Was ist das dritte? Was ist das vierte? Und dann schreibe ich diese Menge hin mit ihrer Darstellung als Zahl und dann gehe ich die Diagonale dieser Darstellung der Zahlen durch und behaupte, dass ich auf jeder an der I-Iten Stelle, also auf der Diagonalen dieser Tabelle, jeweils die Zahl umdrehen kann, wenn es eine Binärzahl ist, also von 0 auf 1, von 1 auf 0 wechseln oder wenn es eine Dezimalzahl ist, irgendein anderes Dezimalsymbol reinschreiben kann. Und dann habe ich damit notwendigerweise eine Zahl gefunden, die nicht in der Liste auftaucht. Jetzt versuchen wir das für die natürlichen Zahlen zu machen. Angenommen, ich nehme wahrscheinlich die kanonischste Form, die natürlichen Zahlen aufzuzählen, nämlich in ihrer Binärdarstellung. An die erste Stelle meiner Liste schreibe ich die 0. Die Binärdarstellung der 0 ist eine unendlich lange Liste von Nullen. Da sind wir uns wahrscheinlich einig. Danach kommt die 1 und ich mache das jetzt, wenn Sie so wollen, Big Endian. Also ich fange links an mit den Ziffern und dann, wenn Sie unsere normale Art Zahlen zu lesen, fängt quasi von da drüben an, rückwärts. Kommt also die 1 und so weiter. Danach kommt die 2. Die 2 ist ja eine 0 und dann eine 1 in Binärdarstellung und so weiter. Danach kommt die, können Sie es lesen hinten? Meinst du nur 0 und 1? So ganz kompliziert ist es nicht. Danach kommt die 3. Das ist eine 1 und eine 1. Und dann kommen die Nullen. Danach kommt eine 0, 0, 1 und 0. Sehen Sie schon das Problem? Wenn ich jetzt durch die Diagonale durchgehe, also da, da, da und da, da stehen lauter Nuller. Weil die Zahl der Ziffern, die ich benutzen muss, nicht linear wächst, also genau genommen wächst hier logarithmisch, mit der Zahl der Stellen. Das heißt, wenn ich das kantorischen Diagonalorgament benutzen möchte und jetzt behaupten wollte, ah, ich kann ja eine Zahl erfinden, eine natürliche Zahl, die nicht in Ihrer Liste vorkommt, indem ich durch diese Diagonale durchgehe und alle Elemente umdrehe, dann wären das alles 1er. Und dann hätte ich hier eine Zahl, die besteht aus unendlich vielen Einsern. Und das ist keine natürliche Zahl. Was diese Zahl ist, es ist wie verlockend zu sagen, das ist die unendlich, aber was wir da heute feststellen werden, ist, dass wir da sehr aufpassen müssen, wenn wir solche Sätze sagen. Aber offensichtlich kann ich nicht einfach entspannt argumentieren, dass das eine echte natürliche Zahl ist. Eine unendlich lange Liste von Einsen. Ja? Okay. Das ist ein guter Einstieg in das, was wir heute machen möchten. Die Vorlesung heute wird zwei Hälften haben. In der ersten Hälfte werde ich versuchen, die Verbindung bewusst zur Mathematik herzustellen, zur Geschichte der Mathematik, der Probleme der Mathematik zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Genau genommen ist das vielleicht nicht wirklich Teil einer Informatikvorlesung zur Theorie der Informatik, aber ich halte sie trotzdem für sehr wertvoll, weil sie erstens sehr analog und historisch direkt verbunden ist mit dem, was wir in der Informatik erlebt haben und auch eine gute Motivation dafür liefert, warum wir eigentlich Informatik als Fach brauchen. Nämlich eine Formalisierung der Idee einer Rechnung, sodass sie sogar in Maschinen realisierbar ist. Und die Geschichte beginnt mit Georg Cantor, den ich ja am Dienstag schon erwähnt habe, der oft als der Vater des sogenannten Transfinitismus oder der aktuellen Unendlichkeit wahrgenommen wird, insbesondere als Vater der originalen Mengenlehre. Der hat sich am Ende des 19. Jahrhunderts mit Mengen beschäftigt und dabei sich zum ersten Mal vielleicht bewusst getraut, über Unendlich als ein Objekt nachzudenken. In den Mathematiker-Generationen davor, Karl Friedrich Gauss zum Beispiel, haben gemerkt, dass Unendlich irgendwie gefährlich ist und haben gesagt, wir dürfen immer nur über beliebig große, aber endliche Zahlen nachdenken. Unendlichkeit ist kein Objekt, über das man reden darf. Cantor hat sich versucht zu befreien davon und über Mengen und die Mächtigkeit von Mengen geforscht oder nachgedacht, wie die Mathematiker das eben machen. Und dabei Ideen aufgebracht, die sich später als große Probleme der Mathematik herausgestellt haben. Nicht unbedingt als Fehler seiner Denkweise, sondern eher als Schritt hin zu einer präziseren Mathematik, die nämlich aufzeigen, was schief geht, wenn man sich zu schnell gehen lässt mit der Unendlichkeit. Und das beginnt mit diesem Satz von Cantor, der weiterhin gilt, das ist kein Satz, der irgendwie einen Fehler hat oder so, sondern der ist genau richtig. Hier ist er nochmal präzise. Ich habe ihn letzten Dienstag schon erwähnt. Der Satz von Cantor ist, den wir auch kurz formulieren können, als die Potenzmenge einer Menge ist echt mächtiger als die Menge selbst, ist etwas präziser formuliert. Das bedeutet, jede Menge M, auch die leere Menge, ist echt weniger mächtig als ihre Potenzmenge. Das bedeutet, es gibt keine subjektive Abbildung von der Menge auf ihre Potenzmenge. Keine sogenannte Einbettung. Und der Beweis dafür ist das originale zweite Diagonalargument von Cantor. Und das ist etwas diffiziler als das, was wir jetzt mit den reellen Zahlen gemacht haben. Für die reellen Zahlen war das so ein bisschen offensichtlich, weil wir die Darstellung der reellen Zahlen direkt haben. Wenn wir etwas abstrakter über Potenzmengen nachdenken, müssen wir das Format etwas präziser machen. Und er macht das folgendermaßen. Er sagt, angenommen es gäbe eine solche Einbettung, also eine subjektive Abbildung aus der Menge auf ihre Potenzmenge, dann betrachten wir, also hier drüben übrigens ist so ein Bild für so eine Einbettung. Also hier ist unsere Menge mit ihren Elementen, sagen wir mal, es sind zum Beispiel die natürlichen Zahlen, also irgendwie eine Menge, vielleicht könnte auch eine endliche Menge sein, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Und hier ist eine Einbettung, das ist also eine Abbildung aus der Menge auf ihre Potenzmenge, also auf die Menge aller Teilmengen dieser Menge. Und hier ist ein Beispiel dafür, also unsere Menge hat hier, sagen wir mal, irgendwie 5, 6 und so weiter Elemente, dann könnte ich, eine Teilmenge davon ist die Teilmenge 1, 2, 4, eine ist die Teilmenge 2, 3, 5, das ist eine Teilmenge, die ist nur die 1 und so weiter. Dann könnte ich nach folgender Menge fragen, nämlich die Menge A, und da muss man jetzt aufpassen, da fängt es zum ersten Mal an, an der Kopfweh zu tun. Die Menge A ist die Menge aller Elemente in M, in unserer Urmenge, welche die Eigenschaft haben, dass sie nicht Teilmenge des Bildes der Einbettung von sich selbst sind. Also da gibt es diese Einbettung, die bildet jedes Element von M auf eine Teilmenge von M ab. Also wir behaupten, dass es diese Einbettung gibt. Ob es sie dann gibt, werden wir es gleich feststellen, es gibt sie nämlich nicht. Aber wir behaupten, es gäbe sie, weil sie eine Einbettung ist, bildet sie Elemente der Menge ab, auf Teilmengen. Manche der Elemente der Mengen werden abgebildet auf Teilmengen, in denen sie drin sind. Hier ist ein Beispiel, die 1 wird abgebildet auf die Teilmenge 1, 2, 4, da ist die 1 drin. Die 3 zum Beispiel wird abgebildet auf die Teilmenge 1, und da ist die 3 nicht drin. Dann wäre A ist die Menge aller solcher Elemente, die nicht in ihrer Abbildung sind. Das heißt, in dieser Konstruktion, wenn es die so gäbe, dann wäre 3 zum Beispiel, wäre in A drin, aber 1 wäre nicht in A. Soweit, so gut. Offensichtlich ist diese Menge A eine Teilmenge von M. Warum? Weil das Bild von der Einbettung sind Teilmengen. Und die, also insbesondere Komplemente von Teilmengen sind natürlich auch Teilmengen. Das heißt, die Menge aller M, die nicht da drin sind, also Elemente von M, die nicht da drin sind, sind offensichtlich spezifisch aus M ausgewählt. Es kann natürlich sein, dass diese Menge leer ist, aber sie ist mit Sicherheit nicht größer als M. Nicht mächtiger als M. So, dann haben wir also, angenommen, dass es so eine subjektive Einbettung gibt, eine möglicherweise leere Teilmenge von M gefunden, die Teil der Potenzmenge von M ist. Weil sie eine Teilmenge von M ist, ist sie Teil der Potenzmenge von M. So, jetzt haben wir ja aber angenommen, dass diese Einbettung eine Subjektion ist, dass sie also alle Elemente der Potenzmenge erreicht. Das heißt, alle Elemente der Potenzmenge haben ein Urbild unter E. Wir können also fragen, was ist denn das Urbild von A? Also von dieser Menge, die alle Elemente enthält, die unter der Einbettung auf eine Menge abgebildet werden, in der sie selber nicht drin sind. Und dieses M0 ist das ein Element dieser Menge A, fragt Kantor. Und das führt zu einem Widerspruch. Und den zu verfolgen, da muss man ganz in Ruhe durch die einzelnen Worte des Satzes durchgehen, um zu verstehen, was das Problem ist. Also, angenommen dieses Urbild von A unter E, ist ein Element von A. Es ist also ein Teil der Menge der Elemente aus M, welche unter E auf eine Menge abgebildet werden, in der sie selber nicht drin sind. Wenn das so wäre, dann können wir nachgucken, A, wenn also M0 in A ist, dann ist es hier drin, hier ist die Definition von A. Dann heißt das, es ist ein Element aus M, welches unter der Einbettung nicht Teil von sich selbst ist. Steht hier. Moment, aber hier drüben, dann würde ja bedeuten, dass M nicht ein Element von A ist. Nicht ein Element von E von M0. Wir haben ja gerade eben angenommen, dass es das aber sein soll. Geht also nicht. Kann also nicht sein, dann muss es ja offensichtlich das Gegenteil sein. Also muss M0, darf also nicht in A sein. Okay, wenn M0 nicht in A ist, dann ist es ein Komplement von A. Das Komplement von A ist die Menge aller M aus M, so dass M in E M ist. Moment mal, das ist ja wieder ein Widerspruch zu dem, was wir gerade angenommen haben. Das heißt, dieses M0 kann es nicht geben, also kann es E nicht geben. Weil sonst, wenn es M0 nicht gibt, dann ist E keine Sojektion. Aber angenommen, dass es eine ist. Also Widerspruch, das heißt, die Sojektion kann nicht existieren. Also muss die Potenzmenge echt größer sein, echt mächtiger, ich sage immer wieder größer, Entschuldigung, echt mächtiger, als die Ursprungsmenge selbst. Und das gilt für alle Mengen. Für endliche und unendliche und selbst für die leere Menge. Daraus folgert Kantor, und das ist jetzt die Kernidee der sogenannten aktuellen Unendlichkeit, oder des Transfinitismus, dass es also eine Hierarchie gibt der Unendlichkeiten. Wir fangen an mit der kleinsten unendlichen Menge, nämlich den natürlichen Zahlen. Wir haben ja am Dienstag gesehen, dass die natürlichen Zahlen die kleinste unendliche Menge sind, denn alle Teilmengen von ihnen sind endlich. Und das heißt, wir können die die kleinste unendliche Menge nennen. Und wir haben jetzt gerade nach diesem Satz von Kantor gesehen, dass ihre Potenzmenge echt größer, echt mächtiger ist als sie. Aber diese Potenzmenge ist ja selber wieder eine Menge. Das heißt, sie hat auch wieder eine Potenzmenge, und die ist auch wieder echt mächtiger als sie. Es gibt also eine strikte Ordnung der Mächtigkeiten von Mengen. Es gibt eine erste unendliche Menge, und danach gibt es weitere unendliche Mengen, welche strikt mächtiger sind. Und ich sage diesen Satz sehr vorsichtig genau so. Ich sage nicht, danach folgt eine weitere Menge, sondern es gibt dann weitere mächtigere Mengen, die echt mächtiger sind. Es existiert also eine Ordnung. Und weil, jetzt kann man nicht sagen, die natürlichen Zahlen, so als Idee, als mathematische Idee, die haben zwei verschiedene Arten von Charakter. Einerseits sind sie diese Zahlen, die wir so aus der Arithmetik kennen, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter, mit Operationen drauf und so. Aber andererseits sind sie auch etwas abstrakter, die Idee einer Anordnung. Wenn Sie über die Pianoaxome nachdenken, dann bestehen die im Wesentlichen aus der Idee von einem ersten Element, der 0 oder der 1, und danach einer Sequenz an Nachfolgern, die echt anders sind. Wir können also diese Idee dieser Nachfolgerstruktur auch auf Unendlichkeiten benutzen. Wir können sagen, es gibt eine kleinste unendliche Menge, die natürlichen Zahlen, und dann gibt es weitere Mengen, die echt mächtiger sind. Und diese Mengen, die echt mächtiger sind, die produzieren diese geordnete Folge, und die nennt man die sogenannten Kardinalzahlen. Kardinal, weil Kardinalität einer Menge, wie mächtig die Menge ist. Die kleinste solche Kardinalzahl nennt man traditionell Aleph Null, das hebräische A, Aleph Null. Und jetzt würde man gerne sagen, darauf könnte man jetzt so eine Art Zahlenstruktur konstruieren, ich sage nicht Ring oder Körper oder irgendwas, einfach nur Zahlen, eine Anordnung, und dann käme als nächst größere, mächtigere Kardinalzahl Aleph 1, Aleph 2, Aleph 3, und diese Indizes 1, 2, 3, die stellen wir uns tatsächlich mit der Struktur der natürlichen Zahlen vor, also mit dieser Nachfolgerstruktur. Und dann entsteht die offensichtliche Frage, ah, okay, also Kantors Argument zeigt uns, dass diese Potenzmenge hier, dass die echt größer ist als die natürliche Zahl. Und wir wissen übrigens noch aus der letzten Vorlesung, da habe ich so ein bisschen, zugegebenermaßen, ein bisschen mit den Händen gewedelt, aber das funktioniert, dass diese Potenzmenge der natürlichen Zahlen, dass die genau gleich den reellen Zahlen ist. Also gleich mächtig. Dass es da eine Bijektion gibt. Und das heißt, wir können hier auch sowas schreiben, wie die reellen Zahlen. Es steht quasi, N ist echt kleiner in Mächtigkeit als die reellen Zahlen, echt kleiner in Mächtigkeit als die Potenzmenge der reellen Zahlen und so weiter. Was wir damit aber noch nicht gezeigt haben, ist, ob diese nächste Kardinalzahl Aleph 1, ob die genau gleich ist zu den reellen Zahlen oder ob sie irgendwo dazwischen liegt. Verstehen Sie warum? Wir haben nur gezeigt, dass es da etwas gibt, was echt mächtiger ist. Stellen Sie sich vor, ich hätte ja irgendeine Konstruktion gemacht, die gezeigt hätte, dass 2 echt größer ist als 0. Stimmt. Aber damit habe ich noch nicht gezeigt, dass zwischen 2 und 0 keine weiteren natürlichen Zahlen liegen. Oder? Könnte ja sein, dass dann auch irgendwo eine drin ist, die haben wir nur noch nicht gefunden. Vielleicht haben wir irgendwas falsch gemacht mit unseren natürlichen Zahlen und wir haben nur das hingeschrieben, was eigentlich sowas ist wie die geraden Zahlen. Nur es ist ein bisschen komplizierter, weil wir wissen ja schon, dass die geraden Zahlen gleichmächtig sind wie die natürlichen Zahlen. Irgendwas anderes dazwischen, irgendeine Struktur, die noch fehlt. Und diese Idee, diese Vermutung, die Kantor auch schon geäußert hat, dass zwischen den natürlichen Zahlen und den reellen Zahlen keine weiteren Mengen mehr liegen, die strikt weniger mächtig als die reellen Zahlen, aber strikt mächtiger als die natürlichen Zahlen sind, das heißt, die Kontinuumshypothese. Irgendjemand schon mal gehört von der Kontinuumshypothese? Ah, okay, gut. Zunächst mal klingt das nach so einer Mathematiker-Idee. Gut, okay, irgendwelche anderen Zahlen. Aber die überraschende Erkenntnis, auf die wir jetzt nach und nach kommen werden, ist, dass hinter dieser Frage etwas sehr viel Tieferes steht, nämlich die Frage nach dem, was man eigentlich fragen darf und was man eigentlich wissen kann. Zunächst mal wissen wir also nur, es gibt da diese Ordnungen an Mächtigkeit, wir haben aber noch nicht die Feinstruktur der Mächtigkeit dazwischen verstanden. Jetzt möchte ich zunächst da kurz abbiegen bei diesem Kontinuumshypothese und diese Beobachtung von Kantor nochmal verfeinern. Was er also gezeigt hat, und zwar in der anderen Richtung, er hat ja gezeigt, hier, ich sage zum kurzen dritten Satz, dass für jede Menge auch die Leere gilt, dass ihre Potenzmenge echt mächtiger ist als die Menge selbst. Und für endliche Mengen hat das auch eine Bedeutung, die tatsächlich erstaunlich viel Struktur produziert. Diese Idee stammt von John von Neumann, das ist vielleicht eher ein Name, der bei InformatikerInnen bekannterer ist. Wer kennt John von Neumann? Ah, super. Wahrscheinlich mehr Leute als Gödel vorher kannten. Großer, ungarischer, in den USA lebender Mathematiker, einer der sogenannten Martianer, der verrückten Ungarn, die irgendwie die Mathematik so weitergebracht haben. der hat diese Idee von Cantor aufgegriffen und gesagt, übrigens wäre es möglich, nur mit dem Satz von Cantor die natürlichen Zahlen zu definieren. Und zwar folgendermaßen, wir fangen an mit Mengen, wir beeinigen uns darauf, dass es eine leere Menge gibt. Das ist das sogenannte, da können Sie sich überlegen, das ist so wie das erste Axiom von Peano. Die leere Menge, das ist die Null. Das ist das Nichts. Wir beeinigen uns darauf, dass es ein Nichts gibt. Okay. Dann, das ist also diese Menge hier, die wir auch leere Menge nennen. Und jetzt gilt ja der Satz von Cantor, der sagt, die Potenzmenge der leeren Menge ist strikt mächtiger als die leere Menge. Warum? Weil sie besteht aus der Menge, welche die leere Menge enthält. Und diese Menge enthält ja was, nämlich das Nichts. Also hat sie Mächtigkeit 1. Und diese Menge 1, die Menge, die die leere Menge enthält, die hat auch wieder eine Potenzmenge. Nämlich die Menge, welche die leere Menge enthält und die Menge, welche die leere Menge enthält. Das ist die 2. Und so können wir immer weitermachen. Induktiv. Und konstruieren damit, Achtung, alle beliebigen natürlichen Zahlen. Nicht die Menge der natürlichen Zahlen als solche, aber die Menge aller natürlichen Zahlen. Das funktioniert, weil die Vorgängermenge und die Menge, welche die Vorgängermenge enthält, jeweils disjunkt sind. Das ist so ein Satz, den kann ich jetzt sagen, aber da dreht sich bei Ihnen irgendwas im Kopf um, dann müssen Sie ihn nochmal lesen. Ich habe Ihnen jetzt gesagt, Sie können ihn nochmal lesen. Wichtig ist die Beobachtung darunter, die ich darunter geschrieben habe, nämlich, was hier gemacht wird, ist eine Konstruktion der natürlichen Zahlen mit Hilfe von Mengen, die andere Mengen enthalten. Mengen von Mengen. Und zwar auf so eine Art rekursive Art und Weise, also immer weitermachen, oder induktive, wenn Sie wollen, Konstruktion von Mengen, die weitere Mengen enthalten und damit, und zwar ihre Vorgänger und damit neue Mengen sind. Alle diese Mengen haben die Eigenschaft, dass sie sich selbst nicht enthalten. Die leere Menge enthält nicht die leere Menge. Die Menge, die die leere Menge enthält, enthält nicht die Menge, die die leere Menge enthält. Und so weiter. Jetzt könnte man also vermuten, und das ist zugegebenermaßen ein bisschen konstruiert, weil ich Sie ein bisschen in dem Gedankenweg weiterführen möchte, dass die natürlichen Zahlen, die ja so eine Art Abschluss dieser Konstruktion sind, dass das vielleicht die Menge ist, die alle Mengen enthält, die sich nicht selbst enthalten. Oder dass das vielleicht sogar noch was Größeres ist als die natürlichen Zahlen. Aber diese Menge, die ist gefährlich. Über die müssen wir in Ruhe nachdenken. Und Gott sei Dank hat das schon jemand für uns getan, einer der großen Philosophen des 20. Jahrhunderts, Bertrand Russell. Wer hat schon mal von Russell gehört? Diejenigen, die sich mit Philosophie beschäftigt haben, genau. Er ist am berühmtesten für genau diese Konstruktion. Er hat sich nämlich diese sogenannte Paradox aufgestellt, diese wasselsche Paradox. Betrachten wir einmal diese Menge R. Und hier ist wieder so ein Satz, den wir in Ruhe lesen müssen. Die Menge aller Elemente X aus einem Raum von Mengen, welche die Eigenschaft haben, dass sie nicht ihr eigenes Element sind. Die Menge aller Mengen, welche nicht in sich selbst liegen, sich selbst nicht enthalten. Die kann ich ja hinschreiben. Das ist offensichtlich ein String, den man aufschreiben kann, mit den Symbolen, die Sie so kennen, aus der Mengenlehre. Jetzt kann man über die nachdenken und sich fragen, gehört die eigentlich zu sich selbst? Also ist die Menge aller Mengen, welche sich selbst nicht enthalten, in sich selbst enthalten? Und das führt zu einem Widerspruch. Nämlich, wenn sie sich selbst enthält, naja, dann, also schauen wir da rein in die Definition, dann erfüllt sie also diese Definition. Um sich zu ent... Diese Schreibweise bedeutet ja, dieser vertikale Strich, heißt ja, hier drin steht ein Prädikat, das gilt, wenn X Element der Menge ist. Das ist ja das, was diese Dotation eigentlich bedeutet. Das ist eine Definition von erfüllten Prädikaten. Also, wenn R ein Element von sich selbst ist, dann gilt das Prädikat, das hier drin steht, also ist sie nicht ein Element von sich selbst. Widerspruch. Stimmt nicht. Okay, also muss es ja das andere sein, tertium non datur, es gibt keine dritte Option, wenn sie nicht Element von sich selbst, äh, nicht Element von R ist, nicht Element von sich selbst ist, dann kann sie ja nur nicht Element von sich selbst sein. Da gehört sie also zum Komplement, dann ist dieses Prädikat nicht erfüllt, hier kann man ein nicht davor schreiben, dann muss sie aber in sich selber drin liegen und das ist ja wieder ein Widerspruch. Also, irgendwas läuft hier schief. Entweder, es gibt eine dritte Option, dass etwas weder nicht Element von sich selbst ist oder Element von sich selbst oder noch irgendwas anderes. Was soll das denn dann sein? Wie widerlegt unsere Bedeutung von, das was wir meinen mit ist Element von? Dass es nämlich eine binäre Eigenschaft ist. Die einzig andere Möglichkeit ist, dass es diese Menge einfach nicht geben darf. Diese Menge aller Mengen, die sich nicht selbst enthalten, die gibt es einfach nicht. Sie kennen dieses Beispiel vielleicht heutzutage oder diese Konstruktion auch mit dieser Verbildlichung vom Barbier, der alle Menschen rasiert, die sich nicht selbst rasieren, da haben Sie vielleicht schon mal gehört. Wenn es eine Stadt gibt, in der es ein Barbier gibt, der alle Menschen rasieren, die sich nicht selbst rasieren, wer rasiert dann den Barbier? Klassische Frage. Etwas schöner formuliert, finde ich, hat Hilbert das in seiner Vorlesung über das Unendliche, dass ich die schon am Dienstag erwähnt habe. Einmal mehr lohnt es sich, direkt ihn zu zitieren. Der ist schon ein extrem schlauer Mensch, der hat das schon sehr präzise aufgegriffen mit seinen Worten. Also, das war übrigens um Russells Zeit rum. Ich lese das nochmal einfach direkt vor, auch wenn Sie denjenigen natürlich selber mitlesen können. Man kann also die Mengen danach einteilen, ob unter ihren Elementen die Menge selbst vorkommt oder nicht. Das ist auch diese binäre Einteilung. Das ist eine Aufteilung in genau zwei Gruppen, Äquivalenzklassen. Hierbei kann es dahingestellt bleiben, ob es überhaupt möglich ist, dass eine Menge unter ihren eigenen Elementen vorkommt. Also, es gibt ja immerhin solche Mengen, welche sich selbst nicht als Element enthalten. Zum Beispiel kann die Menge aller Menschen nicht sich selbst enthalten, denn die Menge aller Menschen ist ja selber kein Mensch. Es sei nun also N die Menge aller Mengen, die sich nicht als Element enthalten, er nennt sie N, ich habe sie gerade R genannt, dann sind für N selber nur zwei Fälle zu unterscheiden. Entweder es gehört zu den Mengen, die sich selbst nicht enthalten, oder es gehört zu den Mengen, die sich selbst enthalten. Beide Annahmen führen aber zu einem Widerspruch, denn im ersten Fall müsste gemäß Definition von N die Menge N unter ihren Elementen vorkommen, während die Annahme dies ausschließt. Im zweiten dagegen würde die Menge N als Element eine Menge, nämlich sich selber, enthalten, die sich selbst enthält, entgegen der Definition von N. Da dreht sich es einem Kopf um. Und jetzt ordnet Hilbert für uns als Zeitgenosse Anfang des 20. Jahrhunderts gleich ein und sagt, was sagen wir jetzt zu diesem Paradoxien? Na, welche Stellungnahmen denn jene Klassiker des Aktualunendlichen, Kantor, Frege, Dede, Kind, Aktualunendlich heißt, dass man sich erlaubt, über Unendlich als Objekt nachzudenken. Nicht über beliebig große Mengen von endlicher Größe, sondern als das Objekt Unendlich. Das Bekanntwerden dieser Paradoxien wirkte katastrophal. Kantor, wohl derjenige, der das Vorhandensein solcher Paradoxien zuerst selbst erkannt hatte, also nicht, der war irgendwie zu blöd und hat es nicht kapiert, nein, nein, der war voll drin, der fasste sich am ehesten. Durch einen Gewaltspruch verbannte er solche Mengen, wie wir sie dort gebraucht haben, aus seinem Paradiese. Die Formel seines Bannfluchs lautete, jenes sind inkonsistente Mengen, das heißt Mengen, deren Elemente niemals zusammengedacht werden dürfen. Er traute sich die Fähigkeit zu, den Mengen ins Herze zu schauen und die Engel von den Teufeln zu unterscheiden. Sehr schön. Das war noch Zeit. Delikind und Frege dagegen gaben tatsächlich den Kampf für ihren Standpunkt auf und erklärten sich, als das Irrtum überführt. Was hier also passiert ist, ist, dass man gemerkt, wenn wir kurz mal wieder einen Schritt zurücknehmen von den Mengen, was da so Mathematiker ihre Probleme miteinander haben, ist, was hier passiert ist, dass gemerkt wird, dass die Art nachzudenken, die Notation, die verwendet wird, die Art Sätze, die geschrieben werden, dass die Widersprüchlichkeiten erlaubt. Dass es also möglich ist, einen Satz hinzuschreiben, der wie ein Beweis klingt, aber nicht funktioniert. Also um den Finger draufzulegen, diese Zeile da oben, die darf man einfach nicht schreiben. Die darf es nicht geben, weil sie einfach nicht funktioniert. Aber die Symbole ist ja da, ich kann sie ja hinschreiben. Es gibt also ein Problem mit unserer Art, Mathematik aufzuschreiben. Das heißt, wir müssen sehr viel präziser werden darin, was wir genau meinen, wenn wir Prädikate aufschreiben. Und in der Mathematik fand dieser Versuch dann statt, oder ist verbunden mit diesen beiden deutsch- beziehungsweise deutsch-israelischen Mathematiker aus dem, ja, auch so der Jahrhundertwende. Sie sehen schon hier an den Jahreszeiten, in denen die geboren und gestorben sind, welcher Religion die jeweils angehörten und wohin sie dann ausziehen mussten, verständlicherweise, um diese Zeit im 20. Jahrhundert rum. Zermelo Frenkel, wer hat schon von Zermelo Frenkel mal gehört, den Begriff so? Das ist so was, was so ein bisschen, ein paar Finger gehen hoch, die so ein bisschen, die sie irgendwo mal vielleicht aufgeschnappt haben oder nebenher gehört haben, das waren Logiker, die aus dieser Mathematikerschule übrigens stammen, die auch im Hilbertrum und so entstanden ist, und klein, und versucht haben, diese Widersprüchlichkeiten aufzuräumen. sie durch eine präzisere Formalisierung von Mengenlehre die Probleme in Cantors Definition beiseite zu schieben quasi. Und das funktioniert folgendermaßen, dass sie nämlich eine axiomatische Darstellung der Mengenlehre aufgebaut haben, die so ähnlich aussieht wie die von Cantor, aber etwas präziser ist, nämlich, dass sie jetzt etwas vereinfacht gesagt, weil das ja keine Logikvorlesung ist, sondern eine in der Informatik, sagen, wenn wir solche, diese Schreibweise, diese Art von Schreibweise für was eine Menge ist, da muss hier rechts hinter dem vertikalen Strich ein Prädikat stehen, das auf eine bestimmte Art und Weise definiert ist. Dieses P von X, das muss die Eigenschaft haben, dass man genau aufpassen muss, welche Variablen darin auftauchen, insbesondere in Bezug auf die Menge selbst. Also, zu jeder Menge A und jedem Prädikat P von X, in dem die Variable M nicht vorkommt, existiert die Menge M, welche genau die Elemente von A enthält, für die P von X gilt. Das heißt, Sie haben diese leichte Verschärfung hier sich genommen, dass diese Variable M nicht vorkommen darf. Wir dürfen also keine Definitionen von Mengen benutzen, mithilfe von Prädikaten in die Aussagen über Mengen machen, in denen die Menge selbst vorkommt. Diese selbstreferenzierende Menge auf sich selbst, das darf nicht Teil des Prädikats sein. Diese Art von, diese präzise Definition nennt man das Auswahlaxiom, davon haben Sie wahrscheinlich schon gehört. Also zu sagen, es ist möglich, aus einer Menge Elemente auszuwählen, wir müssen aber aufpassen, wenn dieses Auswählen, das Prädikat, was da drin steht, die Menge selbst mit sich einzieht, einbezieht. Und wenn es hier eine mathematische Logikvorlesung wäre, dann könnte man da viel länger drüber nachdenken, was für unseren Kontext wichtig ist, ist das, was hier in der Mathematik passiert, und zwar Anfang des 20. Jahrhunderts, ist aus unserer heutigen Sicht der Versuch, einen Algorithmus oder eine formale Sprache präziser zu machen, um Widersprüche zu vermeiden. Es ist quasi aufgefallen, dass in dieser formalen Sprache der Mengenlehre es möglich war, Aussagen zu treffen, die widersprüchlich sind, die also sowohl wahr als auch falsch oder weder wahr noch falsch sind. Und weil man das nicht möchte in der Mathematik, muss man die formale Sprache einschränken, dass bestimmte Sachen nicht sagbar sind, sodass nur noch die Wahrheit sagbar ist. Und dazu räumt man mit den Axiomen auf, verschärft sie, damit genau das passiert. Das ist die Verbindung zu dem, was wir auch in dieser Vorlesung machen, indem wir versuchen, diese Gedankenkonstrukte von Computern herzustellen, wie die Turing-Maschine, die endlichen Automaten, die Kellerautomaten, die Grammatiken, die regulären Ausdrücke, wir werden noch ein paar mehr solche Automaten kennenlernen in den nächsten paar Vorlesungen. Nämlich, jetzt eher so aus der Sicht des späten 20. Jahrhunderts heraus, durch direkten Bezug auf physische Maschinen, die man sich konkret vorstellen kann, uns dabei zu helfen, formale Prozesse zu beschreiben, in denen Unmögliches nicht aus Versehen mit rein formalisiert wird, wenn Sie so wollen. An dem Punkt kann ich quasi diese Klammer zur Mathematik wieder zumachen, indem ich noch einmal kurz zurückkomme auf diese Kontinuumshypothese. Die steht nämlich vielleicht als klarstes Ergebnis dieser Entwicklung in der Mathematik am Ende. Die Kontinuumshypothese, also diese Frage, ob zwischen den reellen Zahlen und den natürlichen Zahlen es noch eine dazwischenliegende Mächtigkeitsklasse gibt, die ist tatsächlich das allererste von Hilberts Problemen, die er da um 1900 auf dem Mathematikerkongress aufstellt. In der Formulierung von Hilbert sieht sie so aus, gibt es eine überabzählbare Teilmenge von R, die in ihrer Mächtigkeit echt kleiner ist als R. Also überabzählbar heißt, dass sie echt mächtiger ist als N und danach steht, dass sie aber auch echt kleiner ist in ihrer Mächtigkeit als R. Gödel hat das etwas anders formuliert, das aber aufs Gleiche rauskommt. Er sagt, ist jede unendliche Teilmenge von R entweder gleichmächtig zu R oder zu N. Gibt es also nichts anderes an Mächtigkeit zwischen der Mächtigkeit von R und der Mächtigkeit von N. Was man also gerne schreiben können möchte, ist, dass diese Hierarchie, die aus dem Satz von Kantor folgt, dass also die natürlichen Zahlen die kleinste unendliche Menge sind, Aleph Null, und dann immer jeweils durch Potenzbildung die jeweils echt größere Mengen gebaut werden, ist das die feinste Möglichkeit, eine Hierarchie an Unendlichkeit zu bauen. Nach Aleph Null kommen genau die reellen Zahlen und die sind identisch zu Aleph I. Das ist die Hypothese. Das war das erste Problem von Hilbert, also das war 1900, 1938 hat Gödel dann gezeigt, übrigens 1938, denken Sie darüber nach, was das für eine Zeit war in Europa, 1938 gezeigt, dass diese Hypothese, diese Frage nach der Struktur der Zahlenräume, oder der Mächtigkeit von Mengen genau genommen, dass die mit diesen präzisierten Axiomen der Mengenlehre, Zermelo-Frenkel mit Auswahlaktion, ZFC, Zermelo-Frenkel Axiom of Choice, CFC, nicht widerlegt werden kann. Dass es also keinen Beweis gibt, der zeigt, dass diese Hypothese falsch ist. Sprich, es kann nicht bewiesen werden, dass es eine Menge gibt, die zwischen N und R in Mächtigkeit liegt, echt dazwischen liegt. Und Paul Cohen hat dann in den 60ern, dafür hat er die Fields-Bedeige bekommen, auch noch quasi das Gegenstück gezeigt, dass es mit ZFC nicht möglich ist, zu beweisen, dass die Hypothese stimmt. Sie ist also weder widerlegbar noch beweisbar, sie ist nicht entscheidbar. Und das ist die eigentlich spannende Verbindung zu unserer Vorlesung. Ob es zwischen den reellen Zahlen und den natürlichen Zahlen was genau gibt, das können wir wegen mir den MathematikerInnen überlassen. Für uns ist die spannende, abstraktere Erkenntnis, dass es in der Mathematik Aussagen gibt, die mit bestehenden gewählten Sätzen an Axiomen einfach nicht beweisbar und auch nicht widerlegbar sind, also nicht entscheidbar sind. Was heißt das genau? Das heißt, wir können ein neues Axiom aufstellen, Kontinuumshypothese, CH, und dieses Axiom steht quasi orthogonal zu dem, was durch die Axiome der Mengenlehre, ZFC, beweisbar wird. Also, wir können dieses Axiom hinzufügen zu ZFC und dadurch wird ZFC nicht widersprüchlich, wenn es es vorher nicht war. Wir können also, wenn Sie so wollen, entscheiden, ob wir in einer Welt leben möchten, in der es keine Mengen zwischen den natürlichen Zahlen und den reellen Zahlen gibt. Das ist vielleicht die, in der die meisten von uns mental leben. Vielleicht denkt man nicht jeden Morgen darüber nach, immer aufwachen, aber ich glaube, das ist so die Idee, die wir wahrscheinlich alle haben. Zwischen den reellen Zahlen und den natürlichen Zahlen gibt es da nichts mehr, weil wir wissen ja, dass die rationalen Zahlen zum Beispiel genauso mächtig sind wie die natürlichen Zahlen. oder wir könnten beschließen, dass wir in einer Welt leben wollen, in der es die gibt. Und was das bedeuten würde, das gebe ich Ihnen mit nach Hause. Können Sie sich mal fragen, was das mit Ihnen macht. Und wir machen das hier, also das ist ja, wir sind ja InformatikerInnen, wir versuchen möglichst präzise in unserem Gedanken zu sein, aber diese Art von Einblick, die Sie vielleicht hier jetzt heute mit raus mitnehmen können und auch noch aus dem zweiten Teil der heutigen Vorlesung, die führt uns genau an die Grenzen dessen, was wir als Menschen denken können. Nicht nur als Menschen, sondern, wie wir gleich in der zweiten Hälfte sehen werden, auch als Maschinen. Das ist keine Grenze, die was mit unserer Menschlichkeit zu tun hat, sondern mit unserer physischen Existenz in dieser Welt. Dass es bestimmte Dinge gibt, die wir mit dem, was wir bisher entschieden haben, was die Regeln unserer Welt sein sollen, nicht entscheiden können. Oder umgekehrt, wir können entscheiden, dass wir sie einfach haben wollen oder nicht. Wir können sie einfach hinzufügen zu unserem Weltbild oder rausnehmen, aber es gibt auf Basis der anderen Aspekte des Weltbildes, die wir sonst benutzen, keine Möglichkeit zu argumentieren, ob wir sie reinnehmen sollten oder rausnehmen sollten. Es sind zugegebenermaßen recht trockene Aussagen über diese strukturierten Mengen, aber sie sind auch sehr fundamental, denn Mengen sind ja was sehr Fundamentales, was uns über unsere Welt irgendwie was sagt. Und ich sage das nicht zuletzt, weil ich die interessante Erfahrung hatte, vor zwei Wochen den Vortrag bei einer katholischen Fakultät, der katholischen Fakultät in Tübingen zu halten, für die fängt natürlich da das Denken irgendwie an. Allerdings ist die Präzisierung dieser Aussagen in dieser Form vorher nicht passiert. Also irgendwo da dazwischen ist so eine spannende Spannung. Und Sie haben das wunderbare Privileg, an einer Universität zu studieren, die beide Fakultäten hat. Das ist keine technische Uni hier, wo es sowas nicht gibt. Und Sie können sich ja mit Ihren KommilitonenInnen, wir sind vor allem Kommilitonen, aus der katholischen Fakultät auch mal darüber streiten, wenn Sie möchten. Also, jetzt gehen wir gleich bei der Pause. Ich fasse jetzt einmal den Teil zusammen, den wir bis hierhin gemacht haben, das war der mathematische Teil dieser Veranstaltung, heute, der heutigen Vorlesung. Ah ne, ich lasse es einfach hier. Weißen Sie was, ich sage es noch einmal kurz und dann hier und danach machen wir, vielleicht sage ich, was wir bisher gemacht haben, war historisch zu schauen, was da in der Mathematik passiert ist. Und das sind immer noch philosophische Aussagen, was damals Samuel O'Frenkel, Hilbert, Gödel und so nachdenken, das ist auch einfach aus der historischen Perspektive raus, weil das waren Menschen, die zu Zeiten gelebt haben, in denen immer noch Pferdekutschen rumfuhren. Da geht es um den Menschen als das denkende Subjekt. Und das, was möglich ist, mit der Sprache des Menschen zu sagen, und ob das, was man da sagen kann, ob das immer wahr oder falsch ist, oder ob es auch möglich ist, mit der Sprache Dinge zu sagen, die weder wahr noch falsch sind. Wir haben also bemerkt, dass wenn wir zu locker sind mit der Formulierung der Sprache, wenn wir einfach erlauben, also du darfst halt irgendwie geschweifste Klammern machen und einen vertikalen Strich dazwischen und irgendwas reinschreiben, dass dann Sachen schief gehen können. So, dass wir genau präzise sein müssen darin, was die Regeln des Algorithmus sind, was also erlaubte Prädikate sind. Direkt aus dieser Erkenntnis heraus entwickelt sich dann in den 30ern etwa diese eher technische Sicht auf das Rechnen, das Denken, das Entscheiden und exemplarisch dafür steht natürlich Alan Turing mit dem bewussten Versuch, eine Formalisierung des Algorithmus zu schreiben, der in einer physischen Maschine realisierbar ist. Das hat zwei Vorteile, das so zu tun. Das erste ist, dass wir damit etwas präziser sind, nicht aus Versehen was zu definieren, was man gar nicht realisieren kann. Denn wenn man sagen kann, diese Maschine kann ich wirklich bauen auf meinem Schreibtisch, dann bin ich quasi verankert in der physikalischen Welt. Ich habe nicht die Gefahr, dass ich mir einfach irgendwelche Symbole hinschreibe, die vielleicht gar nichts bedeuten oder die vielleicht widersprüchlich sind. Es hat aber auch den, und das ist aus unserer heutigen Sicht natürlich sehr offensichtlich, aber damals war das nicht so klar, den beeindruckenden technischen Potenzial, dass man damit eben diese Maschinen dann auch wirklich bauen kann, die jetzt hier teilweise vor Ihnen stehen, und mit denen dann tatsächlich diese Rechnungen auch durchführen. Deswegen werden wir jetzt in der zweiten Hälfte nach der Pause uns überlegen, wie sich diese Strukturen der Nichtentscheidbarkeit, dieses kantorsche zweite Diagonalargument, was die eigentlich bedeuten, wenn wir sie zurückübertragen auf die Turing-Maschinen und deren Sprachen. Das machen wir nach der Pause, jetzt machen wir erstmal die berühmten 10 Minuten. So, also, jetzt haben wir also hier unsere, in diesen ersten 45 Minuten der Vorlesung uns mit der Geschichte der Mathematik scheinbar beschäftigt, und was ich jetzt in der zweiten Hälfte machen möchte, ist diese mathematischen Beobachtungen präzise und vergleichsweise analog oder direkt verbunden zu wiederholen in unserem Kontext der Turing-Maschinen. Dazu können wir nochmal zusammenfassen, was wir letzte Vorlesung am Dienstag gemeinsam festgestellt haben, nämlich, wir haben uns mit diesen Ideen von abzählbar und überabzählbar und endlich beschäftigt, wir haben festgestellt, dass über einem Alphabet, ein Alphabet ist eine endliche Menge, die klinische Hülle existiert, das ist eine abzählbar unendliche Menge. Sie ist gleichmächtig wie die natürlichen Zahlen. Dann haben wir den Satz von Kantor benutzt, um uns zu überzeugen, dass diese klinische Hülle überabzählbar viele Teilmengen hat. Die Menge der Teilmengen der klinischen Hülle ist aber genau die Menge der Sprachen, mit der wir uns beschäftigen, die Menge aller Entscheidungsprobleme. Also aller Fragen, die man stellen kann über einen bestimmten Alphabet, die Menge aller Muster, die in einem bestimmten Alphabet oder durch Worte aus einem Alphabet überhaupt beschreibbar sind. Und in der Vorlesung davor, am Donnerstag, haben wir gemeinsam festgestellt, dass wir die Menge der Turing-Maschinen aufzählen können. Dass es einen Enumerator aller Turing-Maschinen gibt. Dass es also nur abzählbar viele Turing-Maschinen gibt. Wenn es aber überabzählbar viele Probleme gibt und abzählbar viele Turing-Maschinen, dann muss es ja notwendigerweise Probleme geben, da draußen in den reellen Zahlen, wenn Sie so wollen, in 2 hoch N, der Menge aller Sprachen, für die es keine Turing-Maschine gibt. Um jetzt die Verbindung sehr konkret zu machen zu dem, was wir gerade eben getan haben, wir haben einerseits festgestellt, dass es in der Mathematik Aussagen geben kann, die man zwar hinschreiben kann, über die man aber nichts sagen darf, um mal mit Wittgenstein zu argumentieren oder Wittgenstein zu zitieren. Das, worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Zum Beispiel diese Menge von Russell, diese Menge aller Elemente, die sich nicht selbst enthalten. Das war so ein Objekt, über das man nicht reden darf, weil es einfach nicht Teil unserer Beschreibung der Welt ist. Und nach so einem Element suchen wir jetzt auch. Gibt es so eine Sprache, über die Turing-Maschinen nicht reden dürfen? Also eine Sprache, die nicht rekursiv aufzählbar ist? Und dann können wir als zweites auch fragen, in der Mathematik gibt es sowas wie das Beispiel der Kontinuumshypothese, das ist eine Aussage, die nicht entscheidbar ist, für die man nicht beweisen kann, dass sie stimmt, aber auch nicht widerlegen kann, ob sie stimmt. Die Entsprechung in unserer formalisierten Welt der Turing-Maschinen wäre eine Sprache, die zwar erkennbar ist, aber nicht entscheidbar. Die muss also irgendwo hier in diesem gelben Bereich liegen, in der Menge der rekursiv aufzählbaren, aber nicht rekursiven, also nicht Turing-entscheidbaren Sprachen. Und die Frage ist jetzt quasi, gibt es solche Sprachen? Also gibt es so eine Sprache, die außerhalb von RE liegt? Und gibt es eine Sprache, die zwischen R und RE liegt? Also nicht aufzählbare und nicht entscheidbare Sprachen. Und genau diese zwei Beispiele, also jeweils ein Beispiel für diese beiden Fälle, werden wir jetzt konstruieren. Da werden Sie wahrscheinlich ein paar Begriffe wieder sehen, die Sie schon mal gehört haben. Einerseits, weil Sie bestimmt schon mal was vom Halteproblem gehört haben, das kommt jetzt. Und zweitens, weil die Konstruktion für diese Objekte, die ich da jetzt machen werde, die funktioniert genauso wie in der Mathematik in der Mengenlehre, mit dem zweiten kantorischen Diagonal-Argument. Fangen wir also an mit dieser Frage nach einer Sprache, die nicht rekursiv aufzählbar ist. Für die es also keine Turing-Maschine gibt, welche Elemente dieser Sprache erkennt. Und das klassische Beispiel dafür, das immer angebracht wird in solchen Vorlesungen, ist die sogenannte Diagonalsprache, die heißt schon so, weil sie so konstruiert wird, mit dem Argument von Kantor. Und ich mache die jetzt mit Ihnen und ich benutze Worte aus dem Sprachschatz von Turing-Maschinen und Worten und Sprachen, aber wenn Sie da schnell genug mitkommen, dann werden Sie in Ihrem Kopf merken, dass das genau das Argument von Kantor ist für seinen Satz mit den Potenzmengen. Und man kann im Prinzip im Kopf die Worte ersetzen. Das ist nur quasi eine präzisere 20-irgendwas, 20-irgendwas, Definition oder Variante dieses Satzes von Kantor aus dem 19. Jahrhundert. Also, ich behaupte, es gibt eine Sprache, ich nenne sie D, die nicht rekursiv aufzählbar ist, für die es also keine Turing-Maschine gibt, die sie erkennt. Noch nicht mal erkennt. Also wenn ich Ihnen ein Wort aus dieser Sprache gebe, dann gibt es keine Turing-Maschine, die alle solche Worte jeweils erkennen kann, die also auf allen diesen Worten anhält und akzeptiert. Und das mache ich folgendermaßen. Zunächst mal nehmen wir alle Wörter über Sigma, also alle Elemente aus der klinischen Hülle. Wir wissen ja, dass das eine abzählbare Menge ist, also kann ich sie hinschreiben, der Reihe nach. Zum Beispiel in der kanonischen Ordnung. Das erste Wort ist das leere Wort und jetzt nehmen wir ein binäres Alphabet und danach folgen die Worte 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1 und so weiter. Okay, die schreibe ich also alle hin und dann kann ich mir damit so eine Tabelle machen. Das werden die Spalten meiner Tabelle. Und zweitens weiß ich ja, dass die Menge aller Turing-Maschinen abzählbar ist. Das heißt, ich kann auch die von einem Enumerator aufzählen lassen und werde sie einfach an die Zeilen meiner Spalte schreiben. und dann schreibe ich in diese Matrix, die ich Ihnen gleich zeigen werde nochmal, schreibe ich Einträge rein, aber ich nenne es jetzt mal eine Matrix, vielleicht hätte ich es eher eine Tabelle nennen sollen, so eine unendliche Tabelle, wie so ein Excel-Sheet, das nach unten und nach rechts unendlich offen ist, scheinbar zumindest. Und da schreibe ich jetzt Zahlen rein, und zwar Binärzahlen, und zwar schreibe ich immer eine Eins rein, wenn die Maschine Nummer I, die ja aufzählbar sind, das Wort J akzeptiert, wenn sie also darauf stehen bleibt, im akzeptierenden Zustand. Und sonst schreibe ich immer eine Null rein. Okay? Und dann definiere ich meine Sprache, das ist quasi schon der ganze Eck, als genau die Menge aller Worte so, dass auf dem zugehörigen Diagonalelement dieser Tabelle eine Null steht. Dass also die I-te Maschine das I-te Wort nicht akzeptiert. Hier ist das Bild dazu, hier ist unsere Tabelle, hier sind die Menge aller Worte, hier ist die Menge aller Maschinen, und da drin sind Elemente drin. Also hier stehen einfach Zahlen drin, und ich definiere diese Zahlen als, hier steht eine Eins, wenn die Maschine Eins das erste Wort akzeptiert, wenn sie es also in ihrer Sprache hat. Hier steht eine Null, wenn die Maschine Eins das zweite Wort akzeptiert, und so weiter. Sie merken schon, was hier drin steht, ist die charakteristische Funktion der Sprache der I-ten Maschine. Sie schreibt quasi auf, welche Teilmenge der natürlichen Zahlen zu einer bestimmten Maschine gehört. Das ist genau die Konstruktion von Cantor. Und jetzt mache ich das Diagonal-Argument, ich nehme nämlich die Einträge hier und drehe sie um. Ich sage, ich wähle genau die Worte aus, bei denen auf der Diagonalen eine Null steht. Das ist so, als ob ich eine neue Sprache konstruiere, deren charakteristische Funktion genau das Komplement dieser Diagonale ist. Also überall da, wo eine Eins steht, schreibe ich eine Null rein und sage, dieses Wort gehört nicht zur Sprache, und überall da, wo eine Null steht, schreibe ich eine Eins rein, das heißt, dieses Wort gehört zur Sprache. So, und jetzt kann ich genau dieses Argument von Cantor direkt wiederholen und sagen, für diese Sprache D gibt es keine Turing-Maschine, welche sie erkennt. Warum? Denn angenommen, es gäbe eine beliebige Maschine, MI, welche sie erkennt, dann taucht die ja irgendwo hier auf dieser Liste auf. Und falls diese Maschine das Wort WI akzeptiert, dann liegt es nicht in der Diagonalsprache nach Definition. Also ist MI nicht die Turing-Maschine, die D erkennt. Das kann ich aber für alle Maschinen machen, deswegen gibt es keine solche Turing-Maschine. Oder nochmal andersrum, wenn das Wort I in der Diagonalsprache ist, dann wird es insbesondere nicht durch die Maschine MI erkannt. Diese zweite Zeile hier unten, das ist die Art, das Argument zu führen, wie ich es am Dienstag gemacht habe. Ich könnte der Reihe nach durch die Liste durchgehen und sagen, M1 ist nicht die Maschine, die meine Sprache erkennt, denn auf dem ersten, das erste Wort wird genau dann nicht von der Maschine erkannt, wenn es in meiner Sprache liegt. M2 ist nicht die Maschine, die meine Sprache erkennt, denn das zweite Wort wird genau dann in der Sprache liegen, wenn es nicht von dieser Maschine erkannt wird und so weiter und so weiter. Sie können die Indizes beliebig vertauschen, also Sie können sowohl die Menge der Indizes hier als auch die Menge der Indizes in den Spalten permutieren, aber Sie müssen die Permutation gleich halten auf beiden. Ich weiß nicht, was binär geordnet heißt. Also ich weiß nicht, was das Wort binär permutiert heißt und ich glaube, das ist genau das Problem. Wir müssen aufpassen, was wir, das war ja mein Argument in den ersten 45 Minuten, wir müssen sehr präzise sein in dem, was wir erlauben. Ich lasse den genau so stehen. Wenn Sie eine präzise Formulierung davon finden, wie der Beweis nicht funktioniert, dann kann man damit weitermachen. Der Beweis ist ja allgemein anerkannt, als ob er funktioniert. Denken wir mal, ja. Okay, also hier haben wir jetzt unsere im Prinzip den Abschluss dieser Situation gebaut. Wir haben jetzt eine Sprache gefunden, D, die ist so wie das Argument von Cantor für die reellen Zahlen. Wir haben eine konkrete Sprache aufgeschrieben, naja, wir haben zumindest definiert, wie sie wohl aussieht, die wir nicht erkennen können, für die es keine Turing-Maschine gibt, die sie erkennen kann. Und jetzt habe ich schon gesagt, wir haben sie irgendwie aufgeschrieben und irgendwie haben wir sie ja auch aufgeschrieben. Wir haben irgendwie gesagt, naja, ich baue halt der Reihe nach alle Worte hin und dann schreibe ich alle Turing-Maschinen hin und dann mache ich diese Konstruktion. Inwiefern habe ich denn damit diese Sprache eigentlich genau definiert? Da lohnt es sich jetzt mal kurz einen Moment innezuhalten und sich zu fragen, ob wir diese Sprache eigentlich genau hinschreiben können oder nicht. Denn es ist ja seltsam, oder? Wenn ich behaupte, es gibt keine Turing-Maschine, die sie erkennt. Dann sage ich ja so, es klingt so ein bisschen, als ob ich sage, die kann ich gar nicht hinschreiben, diese Sprache. Weil wir haben ja nur Turing-Maschinen. Alles, was da vor Ihnen steht, sind ja nur Turing-Maschinen. Also, Sie merken, hier ist genau dieser Punkt, wie auch bei den natürlichen und reellen Zahlen, dass wir sehr genau aufpassen müssen, was wir meinen, wenn wir über unendliche Objekte sprechen. und diesen Gedanken können wir jetzt noch mal versuchen zu präzisieren, auf einer Slide, die ich unter Hä hingeschrieben habe. Kann ich denn nicht diese Sprache einfach hinschreiben? Ging dir das denn nicht? Nämlich folgendermaßen, ich habe sie ja so konstruiert, dass ich gesagt habe, ich mache diese Tabelle mit allen Worten und allen Wörtherren, Entschuldigung, und allen Maschinen und die kann ich ja beide generieren. Ich kann ja eine Turing-Maschine bauen, die eine Liste aller Wörter der Länge nach aufbaut. Das ist offensichtlich, klar. Das ist jetzt quasi Übungsaufgabe. Wenn man die Turing-Maschine bauen, die einfach alle Binärzahlen der Reihe nach hinschreibt. Ich kann auch eine Turing-Maschine bauen, die alle Turing-Maschinen aufnummeriert, enummeriert. Die nehme ich durch der Reihe nach, durch alle natürlichen Zahlen, durchgeht, immer testet, ob eine bestimmte natürliche Zahl eine Gödel-Nummer ist, wenn nicht, dann macht sie nichts und wenn sie eine Gödel-Nummer entdeckt, dann schreibt sie die Turing-Maschine hin und damit haben wir genau diese, und dann lassen wir sie auf der Universität der Turing-Maschine laufen und dann haben wir genau eine Liste aller Turing-Maschinen. Das gibt es beides. Und jetzt kommt der dritte Schritt, diese Konstruktion von diesen Einträgen D, I, J für die Diagonalsprache. Die sagen, da steht ja in meiner Definition der Diagonalsprache, ein Wort ist in der Diagonalsprache, wenn die I-T-Turing-Maschine das I-T-Wort nicht akzeptiert. Das heißt, ich nehme einfach die Turing-Maschine Nummer I, die kriege ich von meiner universellen Turing-Maschine, ich nehme das Wort Nummer I, das kriege ich von meinem Aufzähler über die Worte, dann gucke ich, was die Turing-Maschine macht und dann drehe ich ihre Ausgabe um. Geht das nicht? Das ist mein Test, ob Sie genug zugehört haben bei den Turing-Maschinen, was ist das Problem? Genau, das ist das ganze Problem. Die Turing-Maschinen können ja unter Umständen einfach ewig weiterlaufen. Es bleibt alles wieder daran hängen, dass wir diese dritte Option erlaubt haben, dass Turing-Maschinen entweder akzeptieren oder verwerfen oder für immer weiterlaufen. Das heißt, wenn ich meiner Turing-Maschine Nummer I da zugucke, wie sie auf dem I-ten Wort da vor sich hin juckelt, dann weiß ich nicht, ob ich da jetzt einfach 1 oder 0 ausgeben soll, solange sie noch weiterrechnet. Und es kann ja sein, dass sie für immer weiterrechnet. Das heißt, diesen Schritt kann ich einfach nicht vollziehen. Hier steht es noch mal als Gedanke noch mal hin, ja, also ehrlich gesagt, den Teil da oben haben wir jetzt gerade schon genug gemacht, den muss ich nicht noch mal wiederholen. Man kann diese Beobachtung also auf zwei Arten und Weisen quasi beantworten. Die etwas kompaktere ist, es gibt einfach nicht genug Turing-Maschinen, um diese Diagonalsprache auch noch zu erkennen. Ja, das ist diese Sicht auf, es gibt einfach mehrere Zahlen als natürliche Zahlen, also gibt es offensichtlich einfach reelle Zahlen, für die es keine, die man nicht aufzählen kann. Wir können es aber auch etwas präziser machen in unserer modernen technischen Einsicht auf diese Maschinen. Das Grundproblem dieser Maschinen ist, dass sie eben auch die Möglichkeit haben, ewig weiterzulaufen. Und dass wir deshalb nicht einfach ihre Ausgabe umdrehen können, so wie wir das bei den endlichen Automaten gemacht haben. Und um das nochmal ganz klar zu präzisieren, können wir uns bewusst machen, dass das Komplement dieser Diagonalsprache sehr wohl aufzählbar ist. Rekursiv aufzählbar ist, Entschuldigung. Nämlich, was ist denn das Komplement dieser Diagonalsprache? Das ist diese Sprache, die heißt übrigens K, man nennt sie auch das spezielle Halteproblem, Sie ahnen schon, wo das Ganze hinführt, aber schauen wir mal, was sie ist. Also die Diagonalsprache ist die Menge aller Worte, so dass, aller Worte WI, so dass die I-Teturing-Maschine auf WI nicht anhält. Das Komplement davon ist die Menge aller Worte WI, so dass die I-Teturing-Maschine auf Ihnen anhält. Sorry, nicht anhält, dass sie sie nicht akzeptiert. Da habe ich schon genau den großen Fehler begangen. Also die Diagonalsprache, sorry, gehen wir nochmal zurück, damit die Verwirrung nicht so groß ist. Die Diagonalsprache ist die Menge aller Worte I, so dass die I-Teturing-Maschine auf Sie nicht akzeptiert. Nicht akzeptiert. Das heißt, das Komplement ist, hoffentlich habe ich es richtig geschrieben, ich hätte sagen sollen, akzeptiert W. Ist die Menge, nee, ist sie nicht. Das ist hoffentlich genau das Kompliment. Also die Sprache der Menge aller Worte, so dass die Maschine W auf Ihnen anhält. Aber diese Maschine auf jeden Fall, diese Maschine kann ich bauen. Ja? Ich glaube, da sind wir uns einig, denn ich kann ein Wort nehmen, ich kann es auf eine Turing-Maschine schmeißen, kann sie laufen lassen und wenn sie anhält, dann gebe ich aus 1, ja, akzeptiert. Also die Maschine hat angehalten, das nenne ich, gehört zur Sprache. Und wenn sie nicht anhält, dann warte ich halt. Das ist okay, das gehört ja zu den rekursiv aufzählbaren Sprachen. Aber ich kann sie realisieren im Sinne einer rekursiv aufzählbaren Sprache. So, das war das Beispiel für eine Sprache, die da außerhalb liegt, die also nicht erkennbar ist, die Diagonalsprache. Und jetzt wollen wir noch ein Beispiel haben für eine Sprache hier drin, die nicht entscheidbar ist, aber erkennbar. Also eine Art von Aussage, die man nicht beweisen und widerlegen kann, für die man aber quasi Instanzen erkennen kann. Die man nicht im Allgemeinen immer beweisen oder widerlegen kann, aber für die man korrekte Instanzen erkennen kann. Und das Beispiel, das ich dafür wählen werde, ist eine Variante auf das, was wir gerade eben gesehen haben. Das ist nicht aus Versehen, sondern durchaus bewusst so. Nämlich im Konkreten die Frage, das ist einfach das Halteproblem. Na gut, was soll ich da groß rum rumheben? Hände hoch, wer hat es schon mal vom Halteproblem gehört? Wenn man Informatik studiert, hat man irgendwann mal entgegengekommen, dass es das gibt und dass das irgendwie nicht entscheidbar ist. Hier ist es. Es gibt Vorwarnungen, es gibt diverse Halteprobleme in verschiedenen Varianten. Das hier ist dasjenige, das wir jetzt mal das Halteproblem nennen werden und dann gibt es noch sogenannte spezielle Halteprobleme und Lehrer-Halteprobleme und so weiter und so weiter. Auf die kommen wir alle noch. Nächste Vorlesung. Das ist folgende Sprache, die sieht so aus. Wir wissen, dass wir aus der Vorlesung, wann war das? Letzten Dienstag, dass es eine universelle Turing-Maschine gibt. Diese Turing-Maschine, die ist so eine Art zweiwertige Funktion, der geben wir erstens eine Gödel-Nummer und zweitens ein Wort. Und dann simuliert sie die Turing-Maschine, die zu der Gödel-Nummer gehört und lässt sie auf diesem Wort W arbeiten. Das ist das hier, was hier dran steht. Wir betrachten jetzt die Sprache, die man auch entweder manchmal auch so nennt oder im Sipser heißt sie ATM, die besteht aus allen solchen Paaren an Eingaben M, W, so dass erstens M der Code einer Turing-Maschine ist und zweitens W von dieser Turing-Maschine akzeptiert wird. Sie also anhält und eine 1 ausgibt. Also ein W, also im akzeptierten Zustand anhält. Kurz nochmal zur Erinnerung, wie funktioniert es? Diese universelle Turing-Maschine, die ist diese zweiwertige Funktion, die also M und W eingibt und die ist entscheidbar im ersten Teil, so partiell entscheidbar. Das heißt, sie kann den ersten Teil dieses Codes lesen, M, und kann dabei, weil der Präfix frei ist, entscheiden, ob dieses M ein echter Code einer validen Turing-Maschine ist oder nicht. Und wenn er nicht valide ist, dann verwirft sie einfach, also der Teil ist quasi einfach und wenn sie akzeptiert, dann fängt sie an auf W zu arbeiten. Und wenn sie dann auf W arbeitet, dann kann sie natürlich akzeptieren, verwerfen oder keins von beiden tun. Und unsere Sprache ATM ist nun also die Sprache aller Paare M und W, so dass die zugehörige Turing-Maschine zu M, das ist nicht der schwere Teil, W, das ist der schwere Teil, akzeptiert. Und die Behauptung ist jetzt, diese Sprache, die Menge aller Turing-Maschinen, welche auf, der Kombination von Turing-Maschinen und ihren Eingaben, welche zu einem akzeptierenden Zustand führt, die ist zwar rekursiv aufzählbar, aber nicht entscheidbar. Sie ist also in RE ohne R. Der erste Teil dieser Aussage ist der Satz hier, sie ist rekursiv aufzählbar und das habe ich im Prinzip gerade gemacht, also den Beweis brauche ich mich nochmal machen. Sind Sie überzeugt davon, dass das, was ich Ihnen gerade erklärt habe, genau das tut? Ne, doch, zwei, drei, vier Leute nicken, aber die anderen nicht. Also, diese Sprache ist offensichtlich rekursiv aufzählbar, denn ich kann eine Turing-Maschine bauen, welche alle Elemente aus dieser Sprache akzeptiert. Nämlich die universelle Turing-Maschine. Was die macht, sie hat zwei Teile, sie erinnern sich, sie war sehr konkret, das ist diese Drei-Band-Maschine oder vielleicht sogar diese kleine Chip-Karte, die ich hier, oder Check-Karte, die ich da vorne hingelegt habe. Das ist sie, das ist diese Maschine. Die kriegt einen Programm-Code, wir können sie uns abstrakter als Drei-Band-Maschine vorstellen, die kriegt diese Eingabe, dann kopiert sie erst den Programm-Code raus, das geht, weil der Präfix frei ist, Kriminalisierung, schreibt sie auf das zweite Band, das ist dann ihre Arbeitsanweisung, da steht drin, was sie simulieren soll und danach räumt sie auf auf dem ersten Band, wo es noch das Wort dasteht und dann simuliert sie auf dem dritten Band das Band der Turing-Maschine, das sie simulieren soll. Ja? Das geht. Also, dann heißt, daraus folgt, dass wenn X in dieser Sprache ist, wenn es also eine Kombination aus einer Gödel-Nummer und einem Eingabewort ist und die zugehörige Turing-Maschine akzeptiert, dann wird auch diese simulierende Turing-Maschine akzeptieren, denn sie macht, das ist die Definition von simulieren. Also erkennt sie diese Sprache. Okay, erster Teil fertig. Der zweite Teil ist jetzt der spannende, diese Sprache ist nämlich auch nicht entscheidbar. Das heißt, es gibt keine allgemeine Turing-Maschine, welche genau dann akzeptiert, wenn das Wort in der Sprache ist und genau dann verwirft, wenn das Wort nicht in der Sprache ist. Und der Beweis dafür geht durch Widerspruch. Kantors zweites Diagonal-Argument. Angenommen, wir hätten eine solche Turing-Maschine, nennen wir sie H für das Halteproblem, der Halteentscheider. Die Maschine, die entscheidet, ob eine bestimmte gegebene Turing-Maschine auf einem bestimmten gegebenen Wort anhält. Die hat also genau diese Eigenschaft, das hier ist die Definition. Angenommen, es gäbe diese Turing-Maschine. Dann können wir zeigen, dass das zu einem Widerspruch führt. Folgendermaßen, wir nehmen wieder unsere Tabelle und schreiben jetzt in die Spalten der Tabelle alle Wörter, die eine Turing-Maschine kodieren, also alle Gödel-Nummern aller Turing-Maschinen und hier runter schreiben, denken wir uns die zugehörigen Maschinen gedacht, also quasi ihre Rückübersetzung in eine echte Turing-Maschine und jetzt füllen wir diese Tabelle aus mit dieser magischen angenommenen Turing-Maschine H. Also wir haben ja behauptet, es gäbe diese Maschine H, dann könnten wir mit ihr diese Tabelle ausfüllen und sagen, wir schreiben auf den IJ-Eintrag dieser Tabelle die eine Null, wenn die Turing-Maschine Nummer I den Programmcode der J-Turing-Maschine verwirft und wir schreiben da eine 1, wenn sie den Programmcode der J-Turing-Maschine akzeptiert. Und weil wir behauptet haben, dass diese Maschine ein Entscheider ist, dass sie existiert, stehen da also überall nur Nuller und Einser und nichts anderes, weil sie ja angeblich entscheidet. Und jetzt betrachten wir die Diagonale dieser Tabelle und überlegen uns, dass wir jetzt eine neue Turing-Maschine bauen können, die nimmt die Ausgabe dieses Entscheiders 0, 1 und dreht es um. Zunächst mal, es ist klar, dass es eine Turing-Maschine gibt, die einen binären Wert 0 oder 1 nimmt und dann umdreht. Die ist total trivial, da können Sie sogar das Übergangsdiagramm hinschreiben. Die kriegt als Eingabe auf ihrem Band eine 0 oder eine 1 und gibt als Ausgabe genau das Komplement dazu. Okay, also dies existiert. Das heißt, diese Konstruktion, dieses DTM hier, der ist nicht das Problem. Die existiert absolut sicher. Und das, was wir jetzt tun, ist, wir wenden diese Turing-Maschine einfach an auf diese Ausgabe, von der wir behaupten, dass sie existiert. Und dann werden wir sehen, dass diese Maschine, dass die nicht von h entschieden werden kann. Denn wenn sie so entschieden werden könnte, dann würde das zu einem Widerspruch führen. Warum? Na ja, nehmen wir mal den Programmcode von DTM, also dieser Maschine, welche die Ausgabe von h umdreht. Das ist eine Turing-Maschine, angeblich, also die besteht aus zwei Teilen, die besteht aus h und dann aus dem Ding, was seinen Ausdruck umdreht. Dieser zweite Teil, der ist unproblematisch, der Teil der h ausrechnet, den behaupten wir, dass es den gibt. Weil es eine Turing-Maschine ist, weil wir behaupten, dass es ihn gibt, hat sie auch eine Gödel-Nummer und diese Gödel-Nummer können wir reinfüttern in sich selbst, den DTM. Dann können wir also fragen, was ist denn die Ausgabe von dieser Maschine? Naja, sie muss ja nach unserer Behauptung entweder eine Null oder eine Eins sein, Accept oder reject. Wenn es ein Accept wäre, dann würde das bedeuten, dass in der Tabelle, die hier steht, auf dem zugehörigen Diagonaleintrag, der zu DTM gehört, der steht ja hier irgendwo drin, ein Accept stehen muss. Denn hier drinnen stehen ja einfach die Einträge von, ob eine Maschine sich selber akzeptiert oder nicht auf der Diagonale. Aber nach ihrer Art und Weise, wie sie konstruiert ist, müsste sie ja dann verwerfen, das heißt, dieser Eintrag wäre falsch. Da dürfte keine Eins stehen, da müsste eine Null stehen. Ah, okay, also kann sie nicht akzeptieren, sie muss also verwerfen, denn wir haben ja behauptet, dass sie ein Entscheider ist, dass sie entweder entwirft oder akzeptiert. Wenn sie aber verwirft, dann heißt das ja, dass auf der Diagonalen zu dem Eintrag von DTM eine Null steht, die dann umgedreht wird, dann kommt eine Eins raus, das heißt, sie müsste akzeptieren, Widerspruch. Das heißt, einer von den beiden Teilen, den wir behauptet haben, existiert als Turing-Maschine, kann nicht existieren. Entweder der Teil, der eine Null in eine Eins umschreibt und eine Eins in eine Null, nee, der kann es nicht sein, den gibt es ja, also muss es der andere Teil sein, der Teil, der entscheidet, ob eine Turing-Maschine anhält oder nicht. Also kann es keine solche Maschine geben, welche allgemein entscheiden kann, ob eine Turing-Maschine auf eine bestimmte Eingabe anhält. Und das ist einer der tiefgreifendsten Erkenntnisse der Berechenbarkeitstheorie, den können wir jetzt noch kurz verdauen gegen Ende der Vorlesung. Zunächst mal historisch. Der taucht schon in dem Original-Paper von Turing auf, das ich jetzt schon ein paar Mal zitiert habe, da oben steht es jetzt auch nochmal richtig, 1937, das Paper heißt On Computable Numbers with an Application to the Entscheidungsproblem von Hilbert. Damit wissen Sie jetzt auch, warum die erste Hälfte der Vorlesung da mit dran war. Ich werde diesen Satz hier nicht vorlesen, weil er ist ein bisschen kryptisch, aber das ist der Teil in dem Paper, der tatsächlich über diesen Beweis zum Halteproblem redet. Sie sehen da oben drüber, die Überschrift heißt An Application of the Diagonal Process, also von Kantor und seinem Argument zu der Überabzählbarkeit. Er argumentiert auch direkt von Anfang an mit den reellen Zahlen, Abzählbarkeit und so weiter. It may be thought that arguments which prove that the real numbers are not innumerable would also prove that the computable numbers and sequences cannot be innumerable. Und dann geht es so weiter. Das ist die historische Perspektive darauf. Das ist eine mathematische Aussage, dass es Funktionen gibt, welche mit Turing-Maschinen nicht entscheidbar sind, Sprachen gibt, die nicht entscheidbar sind. Das Ganze hat aber auch natürlich eine sehr technische, konkrete, praktische Bedeutung. Das heißt nämlich, dass wenn Sie gerne eine Art Debugger hätten für Ihren Computer-Code, den Sie schreiben in Ihrer Integrated Development Environment, in Ihrem, ich weiß es nicht, Visual Studio Code oder was immer Sie benutzen, Ihren Emacs, Ihren Vim, der testet, ob der Code, den Sie geschrieben haben, unendliche Schleifen enthält, dann geht es einfach nicht. Es geht einfach allgemein nicht. Sie brauchen nicht hoffen, dass das irgendjemand irgendwann erfindet. Solange die Maschine, auf der Sie das probieren, eine Turing-Maschine ist oder zu ihr Äquivalent ist, wird das nicht passieren. Sie können natürlich bestimmte Teile des Problems lösen. Sie können bestimmte Arten von Fehlern erkennen. Sie kennen ja alle Debugger. Es gibt bestimmte Arten von Mustern in Fehlern im Programmcode, die man relativ einfach erkennen kann. Aber alle möglichen Arten von unendlichen Schleifen, die in Ihren Programmcodes entstehen können, können Sie fundamental nicht detektieren. Das heißt, diese Ergebnisse haben durchaus auch sehr konkrete Bedeutung für das, was Sie mit den Computern dann tatsächlich tun. Das war der Inhalt, den ich heute weitergeben wollte. Jetzt fassen wir den noch einmal in Ruhe zusammen. Und da kam auch vorher, Sie kamen vorher vor und haben nochmal gefragt danach, indem ich nochmal versuche, das, was wir heute und in der vorherigen Vorlesung gemacht haben, nochmal präzise zu übersetzen auf diese Idee von Abzählbarkeit und Überabzählbarkeit und Aufzählbarkeit und so. Ich war es schon mal vor, dabei kommen Sätze raus, die so ein bisschen nach abstrakten Nonsens klingen und vielleicht sind sie es auch. Also, wir haben verschiedene Arten von Zählbarkeit jetzt kennengelernt in den letzten beiden Vorlesungen. Zunächst mal haben wir am Dienstag über abzählbar unendliche Mengen gesprochen. Abzählbar unendliche Mengen sind Mengen, die bijektiv auf die natürlichen Zahlen abbildbar sind. Und wir haben festgestellt, dass die klinische Hülle über einem Alphabet, einem endlichen Alphabet, dass die eine solche abzählbar unendliche Menge ist. Dann haben wir im Kontext der Turing-Maschinen Sprachen kennengelernt, welche von Turing-Maschinen erkannt werden. Das bedeutet, dass für jedes Wort in der Sprache die Turing-Maschine akzeptiert. Solche Sprachen nennt man rekursiv aufzählbar. Eine Sprache ist eine Teilmenge der klinischen Hülle, das heißt, sie ist selber höchstens abzählbar. Das heißt, alle rekursiv aufzählbaren Mengen sind auch selbst höchst abzählbar. Selber höchst abzählbar. Höchstens abzählbar. Sie sind auch höchst abzählbar. Höchstens abzählbar. Das sind die Sprachen, für die es eine Turing-Maschine gibt, welche alle Elemente aus der Sprache akzeptieren. Und dann haben wir noch eine schärfere Definition von zählbar gehabt. Das waren die Sprachen, für die es einen Entscheider gibt. Also Turing-Maschinen, die für jedes Wort aus der klinischen Hülle entweder akzeptieren oder verwerfen. Solche Mengen, habe ich schon gesagt, nennt man Turing entscheidbar oder auch der Länge nach aufzählbar. Warum heißen die der Länge nach aufzählbar? Weil ich tatsächlich diese Menge der Wörter aus der klinischen Hülle der Länge nach durchgehen kann. Ich kann anfangen mit dem leeren Wort, dann die 1, die 0, die 01, die 101, die 10 und so weiter. Also der Länge nach durch die Wörter durchgehen, jeweils immer diese Turing-Maschine laufen lassen kann, warten kann, bis sie anhält, weil ich ja weiß, dass sie immer anhält und dann in meine Tabelle eine 0 oder eine 1 reinschreibe. Und insbesondere kann ich dann so einen Drucker bauen, so einen Enumerator, der einfach immer dann druckt, wenn dieses Wort akzeptiert wird und dann schreibt der der Länge nach die akzeptierten Worte auf. Deswegen nennt man solche Mengen der Länge nach aufzählbar. Der Länge nach aufzählbar ist also eine schärfere Eigenschaft, etwas engeres, enger begrenztes, als rekursiv aufzählbar, was wiederum selber etwas engeres ist als abzählbar. Wenn Sie jetzt mal ganz kurz nochmal checken, ob Sie sich richtig erinnern, als wir die Enumeratoren gemacht haben, da habe ich gesagt, wenn eine Menge enumerierbar ist, dann ist sie nur rekursiv aufzählbar. warum? Weil der Beweis dafür lief so, dass wir diesen Enumerator genommen haben und immer die Wörter der Länge nach durchgegangen sind, bis zum I-ten Wort und dann diesem Enumerator immer nur erlaubt haben, die ersten I-Schritte zu machen und zu sagen, wenn er bis innerhalb der ersten I-Schritte akzeptiert, dann drucken wir das Wort aus und wenn nicht, dann fangen wir wieder von vorne an, wir gehen also so, wenn Sie so wollen, das ist das erste Diagonalargument so ein bisschen, wir gehen immer nur so durch das obere Dreieck von dieser Tabelle durch und wenn wir das so tun, dann können wir nicht davon ausgehen, dass die Wörter der Länge nach aufgeschrieben werden. Es könnte ja zum Beispiel sein, dass es in unserer Sprache so ist, dass das Wort 1, ganz kurz, hat nur die Länge 1, dass dafür unsere Turing-Maschine ganz lange rumnudelt und irgendwann erst nach dem 50.000. Schritt akzeptiert, während für das Wort 1,0 das Länge 2 hat, sie sofort stehen bleibt und akzeptiert, nach zwei Schritten. Dann würden wir das Wort 1,0 als erstes ausdrucken und das Wort 1 erst viel später, deswegen wäre das nicht der Länge nach, wenn Sie so wollen. Das heißt, wenn eine Menge der Länge nach aufzählbar ist, dann ist das eine besonders scharfe Eigenschaft, wenn sie aufzählbar ist, dann ist das eine etwas schwächere Eigenschaft, aber sie ist immer noch schärfer als abzählbar zu sein. Sie können sich im Kopf merken, aufwärts gehen ist irgendwie schwieriger als abwärts gehen, also was Besondereres, was Stärkeres, wofür man mehr Kraft braucht, wenn man so möchte. Und dann haben wir noch darüber was, nämlich überabzählbar, das sind die Mengen, die gerade nicht abzählbar sind. Unendlich sind und nicht abzählbar sind, dann sind sie überabzählbar. Das heißt, die Verwirrung vollständig zu machen, folgende Sätze aufschreiben, um zusammenzufassen, was wir in den letzten zwei Vorlesungen verstanden haben. Es gibt überabzählbar viele abzählbare Mengen, aber nur abzählbar viele aufzählbare Mengen. Warum? Naja, überlegen wir mal. Die Teilmengen der abzählbaren Mengen, davon gibt es überabzählbar viele. Kantors Argument. Also, es gibt überabzählbar viele abzählbare Mengen. Aber es gibt nur abzählbar viele Turing-Maschinen und zu jeder Turing-Maschine gehört eine aufzählbare Menge, ihre Sprache. Also gibt es nur abzählbar viele aufzählbare Mengen. Es gibt überabzählbar viele abzählbare Mengen, aber nur abzählbar viele aufzählbare Mengen. Außerdem ist übrigens die Menge der Turing-Maschinen der Länge nach aufzählbar, aber die Menge der Turing-Berechnungen, welche der Länge nach aufzählbar, sind nur Rekursiv aufzählbar. Was heißt das? Wir haben festgestellt, dass es die Goetalisierung gibt, dass wir also jeder Turing-Maschine eine Zahl zuweisen können und dass wir dieses Urbild der Goetalisierung entscheiden können. Sorry, wir können das Urbild berechnen und wir können das Bild entscheiden. Das heißt, wir können der Länge nach durch alle natürlichen Zahlen durchgehen und jeweils immer testen, ob eine bestimmte natürliche Zahl eine Goetal-Nummer ist. Deswegen ist die Menge der Turing-Maschinen der Länge nach aufzählbar. Aber die Menge der Turing-Berechnungen, welche der Länge nach aufzählbar sind, das ist die Menge der akzeptierenden Berechnungen, die können wir nicht entscheiden, haben wir gerade festgestellt, das ist das Halteproblem. Das heißt, kursiv aufzählbar. Sie ist also insbesondere nicht der Länge nach aufzählbar, sie ist nicht entscheidbar, sie ist nur erkennbar. Damit bin ich am Ende. Zunächst mal gehen Sie hoffentlich aus dieser Vorlesung raus mit der Wahrnehmung, dass wann immer man über Unendlichkeit spricht, wir sehr sehr vorsichtig sein müssen, wie genau wir über Unendlichkeit sprechen. Diese Erfahrung hat vielleicht als 50 Jahren oder so, als er versucht hat, die Mengenlehre zu benutzen, um Aussagen über die Größe von Mengen zu erweitern, auf die Mächtigkeit von Mengen. Und sie hat dann zu der Erkenntnis zunächst in der Mathematik geführt, dass man Axiome von mathematischen Theorien sehr präzise definieren muss, um nicht aus Versehen widersprüchliche Aussagen zu erlauben. Aber noch viel schärfer vielleicht auch, dass es manche Aussagen gibt, in solchen mathematischen Theorien, geben kann, nicht geben muss, aber geben kann, welche weder beweisbar noch widerlegbar sind. Die also so eine Art Drittes sind. Und wir haben gemerkt, dass wir das in unserer modernen Formalisierung auf Turing-Maschinen, dass das genau abbildet auf diese Art von Entscheidungsproblemen, die eben nicht entschieden werden können von der Turing-Maschine, in der sie nämlich weder akzeptiert noch verwirft, sondern einfach immer weitermacht. Und dass die entsprechende Erkenntnis für die Turing-Maschinen ist, dass es eben Fragen gibt, die wir fundamental nicht entscheiden können, für die es also keine Turing-Maschine gibt, die immer entweder akzeptiert oder verwirft. Und ein Beispiel dafür ist das Halteproblem, das durchaus sehr konkrete praktische Anwendungen auch in der Theorie der Praxis des Programmierens an sich hat. Es gibt keine universellen Debugger für hinreichend mächtige Computer-Programmiersprachen. Da bin ich am Ende für heute. Nächste Woche Dienstag lernen wir noch einige weitere interessante solche Probleme kennen, die nicht entscheidbar sind und versuchen eine Vorstellung dafür zu beginnen zu bekommen, wie was der Charakter dieses Raumes der nicht erkennbaren und nicht entscheidbaren Sprachen ist. Bitte geben Sie mir Feedback und bitte füllen Sie auch die Evaluierung aus. Sie haben noch bis Freitag Zeit, das zu tun. Dankeschön. Vielen Dank.